ARD Text im Auftrag von Funk Hier waren auf jeden Fall 3 Stück Hä? Na gut Abkommen auf hier 3 cm 4 cm 2 cm 1 cm Ich weiß nicht, soll ich das wagen? Wo sind die schnell? Wo sind die viele? Oh mein Gott! Stopp, 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 stopp! Oh, die geben ja übel viel! Moment! Ja, nicht, dass es zu viel geben! Ähm, Fleisch? Alter Schwede! Die haben ja richtig viel gerade Mühe, also wow! Nein, Quatsch! Ich bin gerade leicht beeindruckt, wie viel Zeug sie mir gegeben haben! Äh, verdammt! Äh, verdammt! Tod! Ich habe keine Angst mehr vor euch! Ähm, die fangen ja auch schon mal weg! Oh nein! Puff ist dabei eine Demau drin? oder? Genau. Morgen was da wird? Wo ist jetzt die Drap hier? Machen wir das dann auch kaputt? Hm. Was trägst du? Und das tausch mal und... ...das auch ins Trennen. Das ist das ja noch da rein. Hier nehme ich die ganze Spaß hier mal mit. Ne, das ist echt eine ganze Menge Holz. Von dem wir morgens auch nicht so viel haben. Tut mir jetzt kleiner, ich tue dir nichts. Wachs auf und leb in Frieden. Das war gar nicht deine Mami. Okay, zum Beispiel Vorsitz, ich hoffe die greifen mich in sie an, aber ich glaube es eher weniger. So. Wenn ich mich jetzt angreifen bin ich tot. Warum hoffe ich, dass sie es nicht tun. Okay! Pick up free drop! Genau. Hier ist mein Weg. Ja, doch. So, was hier ist? Super. So lässt sich noch arbeiten. Jetzt will ich die ganze ein bisschen noch kochen. Ihr merkt ja schon, die Temperatur sinkt momentan ein wenig. Vielleicht muss man aber auch die Brumpfzeit abwarten bei den Tieren und sie danach töten, weil dann auch genug Viecher da sind. So war das nicht geplant. So, in die Essensbox kommt jetzt das da rein und die Möhre kommt da rein. Dann haben wir noch die gebratenen Bohnen und den Hasen haben wir noch. Die können wir noch umbringen und Schweinefleisch draus machen. So. So. Wo haben wir den Spaß gerade hingetan? Hm? Na gut, Digga. So, das können wir nämlich noch die da. Die Starr, die, 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 die. Nein. Ach, Mist. Egal, wir müssen das eh essen. So, da wurde ich eingeschrieben. Das heißt, das ist das Ende der Ausnahme momentan. Wie gibt's denn das? Ordentlich noch nicht mehr. Das können wir uns denn holen hier. Das brauche ich denn wirklich nicht. Ähm. Ein Crock-Pot. Das ist nice. Den baue ich mir gleich mal. Ah, okay. Aber gerade nichts, was ich machen könnte. Huch. Probier's doch mal mit dem Körbus. Das geht nicht, okay. Die darf man übrigens nicht angreifen. Habe ich einen ganz großen Fehler gemacht, habe ich das getan. Backpacker machen. So. Das sind die irgendwas? Nicht wirklich, okay. Jetzt baue ich immer mehr Strukturen. Und zwar baue ich jetzt so. Habe ich die Steine alle verballert? Fishing rope geht wahrscheinlich nur... Das war's für heute meine lieben freunde ich hoffe es hat euch gefallen wir machen bis zur nacht durch dann geht es weiter Ja das mache ich jetzt derzeit noch Ich glaube ich werde mich noch mal mit dem bison anlegen Wenn das fleisch tut Ja Flo hat mich angestupst Dann das fleisch tut uns gut und wir brauchen das auch und ich hol mir auch mal das zeug hier oben Jetzt geht aber ja alles an ne So Das sind echt viele wenn ich jemanden angreift dann habe ich glaube ich die Arschkalle gezogen Na gut Na gut Hier geht es runter So hier schalten wir uns ein feuer auf und dann Bis morgen meine freunde Achso